Ja, hallo? Martin, komm schnell. Es ist ein Notfall. Wir müssen zurück in die Zukunft. Moment mal, Doc. Was ist denn los? Wohin überhaupt? Keine Fragen jetzt, Martin. Wir treffen uns in 10 Minuten am Pipe-Meldau-Parkplatz. Nun komm endlich. Ich erklär dir gleich alles. Aber, Doc? Doc? Ah, Martin. Endlich. Los, komm schnell. Bleib schon rein. Wir haben nicht viel Zeit. Okay. Jetzt erklären Sie doch erstmal, was los ist, Doc. Nun ja, Martin. Es ist Sonntag. Und ich dachte mir, so ein kleiner Ausflug in die Zukunft, das wäre doch nicht schlecht. Aber ich habe doch morgen Schule. Ach, wir kommen schon rechtzeitig zurück. Nun los, stell dich an. Hey, Martin. Was ist, Doc? Wir treffen uns genau in einer Stunde wieder hier. Okay. Du kannst ja schon mal da vorne was zu trinken kaufen. Okay, mach ich. Aber, Martin, denk dran! Ja, ja, ich weiß, das Raumzeit wird auf jeden Tag. Ja, ich weiß, das Fell fährt mal. amesirdisch Buben Mein Name ist John Se regner! Wennidezhaft, ist ja echt eineineineineineineineine Sinnerge, und wenn der Charakter! Willkommen im Kaffeebay, was kann ich für Sie tun? Pepsi ohne. Pepsi-Lite? So, das haben wir Ihnen nicht. Ich kann Ihnen eine Veggie-Chai-Latte anbieten, laktosefrei, ohne Zucker. Ja, gut, nehme ich mal. Okay, das macht dann 5,95 Dollar bitte. Papiergeld? Das nehmen wir schon seit 10 Jahren nicht mehr an. Wie? Wir machen nur noch Online-Banking. Oh, hier Fotos. Ich bezahl für Sie mit. Ich hätte noch einen Fausen-Cappuccino zu mitnehmen, bitte. Fausen-Cappuccino, das macht dann insgesamt 12,95 Dollar. Danke. Danke schön. Danke. 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 Komm schnell! Mit der Doktor? Martin! Nu komm! Komm! Komm!